Vor neun Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich hab den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Danke. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay. Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehm doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Die nächste Bestellung. Waffeln mit Speck. Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer. Uns. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier. Ich kläre das. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Ah! 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 Okay. Menschen, die gerade noch ihr Essen genossen, wurden urplötzlich in ein Gemetzel verstrickt. Unter den wenigen Überlebenden befindet sich auch... Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Wolken! Bleib hier! Hey! Sack, geh! Hey, du! Zurück! Zurück! Zurück, Leute! Zurück! nächster Bus! Scarecrow's Plan ging auch weg. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschauen. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Jungs, die Party kann losgehen. Wenn wir erst mal fertig sind, bleibt von Gotham nicht mehr viel übrig. Für Scarecrow's Angstgas. Verstätigt. Verstätigt. Ja, hab mal gegen Batman gekämpft. Hat mir den Arm an drei Stellen gebrochen. Aber ich denke, dass der Blitz niemals an einer Stelle zweimal einschlägt. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, ein 10-33 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer an Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schicke dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig. Da draußen sieht's nicht gut aus. Ein Plan was Großes. Warum sollte er sich sonst mit dem Pinguin zusammentun? Förért criminers? Nein. Vielleicht ist er nicht gut aus. Okay. Ich trage dir die Sicherungen. Wie geht's meinem Eltern? Vielen Dank.